Freunde, ja, also, es ist schon wieder dunkel, ich musste heute etwas länger arbeiten, gar kein Problem, ich arbeite super gerne, also ich hab kein Problem damit länger zu arbeiten, ich hab auch kein Problem 24 Stunden zu arbeiten, alles gut, gar keine Frage, nur, die Frage ist jetzt schon wieder 17 Uhr, die Sonne geht um 16.30 Uhr unter, es ist jetzt einfach wieder dunkel draußen und ich hab jetzt keine Idee, was ich heute machen könnte im Video. Erst dachte ich mir so, okay, passt dann heute eben nicht, Arbeit vor Hobby oder Freizeit, aber dann dachte ich mir, nee, 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 ein Mann, ein Wort und wenn ich sage, ich bringe jeden Tag ein Video, dann bringe ich jeden Tag ein Video, auch wenn ich mir auf die Schnelle mal was einfallen lassen muss, weil es dunkel draußen ist und du was ganz anderes geplant hattest, aber es macht gar nichts, denn mein Kanal heißt ja nicht umsonst, Kiste Pro, von daher, hab ich mir jetzt was einfallen lassen, ich hoffe, es funktioniert, ich habe hier meinen DIY GoPro, LED dabei, wenn es klappt, wird es glaube ich sogar eine richtig geile Aufnahme, ja, kann ich aber nicht versprechen, ich gebe mein Bestes natürlich, Pennyboard ist natürlich auch am Start mit der Unterbodenbeleuchtung, denn was macht man abends sonst, man muss ja gucken, dass man irgendwas halbwegs interessantes bringt und versucht, dass ihr wenigstens so ein 3-4 Minuten Video heute bekommt, was wirklich relativ schwierig wird, aber deswegen quatsche ich auch schon wieder so lange, damit ich die erste Minute schon gefüllt habe, nein, kleiner Spaß, also ich würde sagen, ich fahre jetzt in der Location, wo ich überhaupt das Ganze abzudrehen, und wir sehen uns gleich wieder. So Freunde, also ich hoffe, dass man mich erkennt, ich bin hier an der Autobahn-Raststätte, hier ist ein kleiner Feldweg, ist sehr gut geteert, und ich werde jetzt mein Pennyboard mit der Unterbodenbeleuchtung auspacken, und ich möchte testen, wie geil die Aufnahmen werden können, mit der W5 Black Edition, Weihnacht, mit nur ganz geringem Licht, und ja, das testen wir jetzt, und ich würde sagen, lasst das Video einfach beginnen, let's go! So Freunde, also, ich bin hier wieder im Auto, wir haben einen Grad draußen, es ist arschkalt, unter der Jacke bin ich geschwitzt, Nase und Gesicht total zugefroren, Ich habe jetzt gerade noch mein Licht dran, weil ich habe das alles so zusammengeklebt, mein GoPro und das Licht, ist eigentlich ganz nice, so billig, und schnell gemacht, einfach nur dran getapet, und ja, ich hoffe, es sind ein paar geile Aufnahmen dabei, ich habe so gut wie jede Position mal gefilmt mit der Kamera, Ja, und ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen, auch wenn es kurz war, wenn es nur eigentlich eine Nachtaufnahme vom Skateboarden war, mit meiner Unterbodenbeleuchtung am Pennyboard, Aber ich würde trotzdem sagen, danke fürs Zuschauen, und ja, und ja, wenn es euch gefallen hat, einfach einen Daumen nach oben, und ich würde sagen, wir sehen uns, bis dahin, peace!